so eher ach so muss ich nach den punkten gehen ich habe nur vier so bin ich crazy die symbole haben eine stelle auf der karte von arkham city markiert ich bin einfach der wahnsinn der absolute obama kann ich hoch perfekt dann switch ich kurz mal darüber wo es in der kirchturm dahinten perfekt so das ist ja wie am verdammten nordpol wo denn wo soll ich ein symbol lesen scannen töte mich nicht ich wusste du würdest mich finden war nicht schwierig du hast mir eine karte da gelassen wer bist du was willst du wieso beobachtest du mich uns hat man schon viele namen gegeben aber für dich bin ich es real der loyale diener des ordens von sommer das hat mir gerade noch gefehlt ein weiterer geheim bund ich überbringe eine nachricht finstere tage ziehen herren batman die prophezeiung wird war du bist der krieger der die pforten der hölle schließen wird du bist derjenige der das unheil aufhält und damit ereignisse in gang setzt die du nicht ändern kannst aus der asche von arkham werden flammen des zorns schlagen die gotham verbrennen und du wirst ebenfalls brennen ich glaube nicht an märchen glaube was du willst die nachricht wurde überbracht wir sehen uns wieder wieder laser action und jetzt war es das jetzt einfach oder bett höhle habe ich hier eine bett höhle ich habe doch hier keine bett höhle was aber nämlich voll also ist einfach fertig okay finde heraus wer hinter dem steckt suche weitere hinweise das heißt muss da noch mal hingehen oder gut wir machen hier noch das ding fertig das ding ist nämlich wenn wir jetzt hier alles fertig machen das ist das game als neustart plus oder wie siehst neues spiel plus ich habe hier wohl eine heulsoße erwischt was ist kleines baby willst du deine mama rufen soll mir recht sein sie ist der nächste die regen mir zu lange das wird lustig du feige mate wollen doch mal sehen wie lange du heulen kannst also auf der anderen seite weil wir sagen heute ist halt dass wir das bei neustart plus einfach durchziehen können so wieder ein befreit vielen dank bitte ist der strom da geht er hoch dann können wir nämlich jetzt was soll jetzt kann ich noch mal in ruhe zu ende reden auf jeden fall wie gesagt dass wenn wir hier alles durchziehen können wir dann einfach bei diesem neue spiel plus einfach wirklich nur die story durchknallen und gucken dass wir uns halt mal anschauen wie das ist mit den einheiten wie krass das schwerer ist und so weiter was ist da noch anderes noch dazu gibt jetzt weiß ich nicht wo muss ich hin komplett aus dem konzept gewesen ich muss ja da noch hin noch viel weiter nach da was sind da oben das sehe ich gerade das ist ein terminal gewesen warum ist ein terminal chronik passt ist ein server wahrscheinlich ach wenn ich das mache dann weiß ich wo die kamera sitzen oder was ach das ist ja auch geil okay cool das wusste ich nicht dass es es gibt so und hier war das ganze geschehen da unten immer wurde der weggeschnetzelt und das gesicht abgezogen gehen wir mal zu dem kumpel und fragen mal nach hey keule das richtig ach also ob er schon dazu sticht als ich treten kann reichheit da warst du sein da kommt der kombo schön gewesen hab ich einen hunger wo ist nur das ganze essen geflieben wer immer noch aufgeschlitzt hat wusste was er tut ach ich erinnere mich ich erinnere mich da war was das gesicht von jemandem so zurichten schon komisch oder diese verbände sein vater war ein berühmter arzt aber bruce hat sein ganzes geld mit weibern durchgebracht was passiert wenn ich jetzt hier schwierigkeit stupe 4 von 5 mal er soll da komme ich hier hin okay ich habe anscheinend den ausgang geöffnet ich schaff's ich ich check auch gerade den identitätssieb nicht so ganz äh wir haben jetzt hier oh mein gott alter weißt ich bin kurz vor ende des gameplays und ich check jetzt erstmal die karte auch mit wst bewegen kann was viel angenehmer ist als mit der maus hier naja egal hier haben wir eine leiche gefunden der täter ist hier raus gerannt hier zurück ne raus gerannt wir können wir da hingehen vielleicht finden wir da noch mal spuren von irgendwas anderem auf jeden fall ist hier der zivilist der zeuge ist hier quasi hingelaufen gehen wir nochmal zurück und gucken mal ob wir was finden zack so hier haben wir was ne jetzt haben wir schon aufgenommen ok ich sehe sonst hier nichts mehr wahrscheinlich haben wir hier alles erledigt und ich muss wahrscheinlich irgendwie noch weitere hinweise finden andere leichen finden oder so i don't know ne warte mal kurz gucken hier sehe ich sonst nichts mehr beobacht dass er eh durch dann lass doch mal darauf habe ich halt echt gar keinen bock mehr ich müsste mal gucken dass ich mich mal vergleich zu catwoman mache und gucke ob die noch irgendwelche quests hat weil ansonsten würde ich sagen kann man das hier beenden und dann kann ich mir meine zukunft überlegen ob ich halt eben neues spiel plus mache oder nicht ich erinnere mich noch an die zeit als hier noch keine mauer stand wo muss ich hier noch da oben oder ja so dann gucken wir mal ich würde mich mal interessieren ob jetzt halt hier ja einfach an ihm vorbeilaufen posen ich glaube das wird mir gefallen was ich jetzt cool fände wäre wenn jetzt hier die katzen weg wären und jetzt die fledermäuse da was will batman denn hier dachte wir säßen schon im klassen warum hat der jetzt ach lol jetzt muss ich mir die ganze beute erst von den ganzen leuten zurück ziehen oder was aber es ist ah ist das nervig ok ok das war mir jetzt ein bisschen zu hoch haha oh er sieht mich na los lauf oh aha aha eine beute habe ich jetzt auch noch so ein level system bei ihr mit äh mit dingens oder was ich sehe richtig viele leute und weiter hoch und weiter hoch und weiter hoch ok das geht glaube ich nicht ich bin in dieser gegend aufgewachsen hat sich kaum verändert und gehen wir mal dahin jetzt bin ich mal gespannt was passiert wenn wir jetzt hier den ganz die ganze beute kacke voll machen ne runter was verstehst du da runter nicht danke so dann snacken wir uns den mal schnell der nächste äh war sogar der hier im prinzip einfach jeder der hier rumläuft oder was ich habe irgendwie gerade das gefühl ich bin bei spyro weil da einfach aus den leuten so so äh edelsteine rausge- what the fuck rausgeplutzelt kommen bitte nicht drehen bitte nicht drehen dankeschön bling 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 ja ich bin spyro let's go ne oder ich friere mir hier den arsch ab ja genau ja genau da kann man es noch noch schlechter gestalten so ich habe ein tschüss bitte tu was perfekt perfekt so welche noch da hinten sehe ich noch ein paar ok ok kann ich mit dem quatschen eigentlich da hätte ich bock drauf den voll labern wäre doch voll witzig lass mich hier raus komm red mit ihm oder sie schwebt einfach in der luft ok dann halt nicht gerade aber auch ähm oh wie die den auch siehst du snackt alter der wahnsinn knack ähm der da aber den hole ich mir nachdem ich mit die beiden gesnackt habe bam komm da wird gekämpft haha komm doch her du bist in meine fallen karte getappt i love it so Hilfe ich falle hier überhaupt ist das nicht ein gefängnis wer hat catwomen reingelassen ich bin weg tschüss lol er hat doch nicht mal das ding er hat das ding schneidet das jetzt endlich so weiter warum ahhhh geil haha bitch oh ich hab voll noch so stark gewesen so richtig schön reingetackert